Eine Beerdigung ist immer eine nüchterne Zeit des Nachdenkens und der Traurigkeit. Wir haben selten einen Grund, die Zeremonie zu unterbrechen, aber Emmas Beerdigung war anders. Als sie in ihrem Sarg lag, unterbrach die plötzliche Entdeckung ihres Sohnes die Beerdigung und stürzte die Zeremonie ins Chaos. Emma und ihre ältere Schwester Margaret wurden schon in sehr jungen Jahren zu Weisen. Sie mussten lernen, sich gegenseitig zu versorgen und aufeinander aufzupassen. Als Emma älter wurde und einen Job fand, lernte sie einen jungen Geschäftsmann namens Liam kennen. Sie begannen ihre Beziehung zunächst als Geschäftspartner, aber bald entdeckten sie, dass sie sich zueinander hingezogen fühlten. Liam versuchte unerfällig, sie zu umwerben, aber sie lehnte seine Annäherungsversuche ab. Auch wenn sie tausende Schmetterlinge im Bauch hatte bei Liams Anblick, wollte sie mit ihm nur befreundet bleiben. Aber er ließ sich von ihrer Ablehnung nicht abschrecken, sondern verstärkte seine Bemühungen. Er erklärte Emma, dass er fest entschlossen sei, sie zu seiner Frau zu machen. Er nahm sie mit auf Yachtfahrten, teure Dates und luxuriöse Abenteuer. Er kaufte ihr auch Blumen und Pralinen. Aber Emma hatte Angst vor einer Beziehung. Das lag daran, dass ihre ältere Schwester Margaret eine schreckliche Scheidung durchgemacht hatte. Emma war die Einzige, die sie getröstet hatte. Deshalb wusste sie aus erster Hand, wie es sich anfühlen würde, wenn Liam ihr einen Korb gibt. Nach einem Jahr ständiger Anträge stimmte Emma schließlich zu, mit Liam auszugehen. Sie war froh, dass sie die Kraft gefunden hatte, ihrem Herzen zu folgen. Margaret sah das jedoch anders. Bist du sicher, dass er wirklich in dich verliebt ist? Was ist, wenn er sich als Betrüger entpuppt? Fragte sie von Zeit zu Zeit. Emma konnte die Fragen ihrer Schwester nicht beantworten. Sie beschwichtigte ihre Ängste und versicherte Margaret, dass Liam aufrichtig sei und keine Hintergedanken hat. Ihre Beziehung verlief eine Zeit lang glücklich, bis Emma entdeckte, dass sie schwanger war. Sie war ein bisschen erschrocken, weil sie das nicht geplant hatte. Das war zu schnell. Die erste Person, der sie das erzählte, war Margaret. Und sie war überglücklich, aber auch sehr besorgt. Sie glaubte immer noch nicht, dass Liam ein guter Kerl war. Er hat etwas an sich, das mich abschreckt. Ich kann es dir nicht erklären, sagte sie zu Emma. Liam hingegen war begeistert von der Nachricht. Er hob Emma hoch in die Luft und wirbelte sie durch den Raum. Am nächsten Tag kaufte er ihr einen großen Blumenstrauß und versprach ihr, sie auf eine exotische Kreuzfahrt mitzunehmen. In ein paar Tagen machten sie sich auf den Weg zu einem luxuriösen Wochenende. Sie hatten eine wunderbare Zeit, aber am Morgen ihrer Abreise war Liam plötzlich weg. Emma wartete und wartete, aber sie sah ihn nie wieder. Sie ihrer größten Überraschung hatte Liam die Flüge und das Hotelzimmer unter einem falschen Namen gebucht. Sie konnte ihn also nicht als vermisst melden, da er gar nicht auf der Reise war. Emma war fassungslos. Als sie nach Hause kam, schloss sie sich tagelang in ihrem Haus ein. Irgendwie erwartete sie, dass Liam anklopfen und sagen würde, dass alles nur ein schlechter Scherz war. Aber das tat er nicht. Sie ging zu der Firma, für die er arbeitete und musste feststellen, dass Liam seinen Vertrag einige Wochen zuvor gekündigt hatte. Ungefähr zu der Zeit, als sie ihn über die Schwangerschaft informiert hatte. Sie gab nach und rief ihn auf seinem Handy an, aber es war abgeschaltet. Auch Margaret war schockiert, als sie von Liams Verschwinden erfuhr. Auch wenn sie ihn nicht mochte, hätte sie erwartet, dass er nie so etwas tun würde. Sie tröstete Emma und sagte ihr, sie sollte sich keine Sorgen um die Erziehung des Kindes machen. Dein Kind ist auch mein Kind. Ich werde immer hier sein, um dich und dein Baby zu unterstützen, versicherte sie ihr. Emma lebte weiter und gründete mit dem Geld, das sie und Liam für ihre Hochzeit gespart hatten, ein neues Unternehmen. Sie nahm an mehreren Schulungen teil, die ihr beim Aufbau des Geschäfts halfen. Sie stellte auch sicher, dass sie alle aktuellen Trends kennt. So war Emma der Geschäftsentwicklung immer einen Schritt voraus und wurde sehr erfolgreich. Gleichzeitig kümmerte sie sich um ihren Sohn. Später begann der Stress zu arbeiten und sich gleichzeitig um das Kind zu kümmern. Es war sehr anstrengend für Emma. Oft wurde sie krank und kam nicht mehr richtig auf die Beine. Auch Margaret war besorgt und riet Emma, einen Arzttermin zu vereinbaren, bevor sich die Symptome verschlimmern. Nach einer Reihe von Tests riet ihr der Arzt, sich für eine Weile aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen. Sie hatte sich überanstrengend und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Emma befolgte die Anweisungen für kurze Zeit, aber dann musste sie wieder arbeiten. Das Nichtstun ließ sie an Liam denken. Eine Zeit lang schien es ihr gut zu gehen, aber dann kamen die Symptome zurück und diesmal viel schlimmer. Inzwischen war Andrew schon acht Jahre alt. Endlich setzte sie sich mit ihm zusammen und erzählte ihnen von Liam. Er war noch zu jung, um alles zu verstehen, was sie sagte, aber Emma wusste, dass es für ihn Sinn machen würde, wenn er älter wird. Wird dir was passieren, Mami? fragte Andrew. Ich bin ein bisschen krank, Baby. Alles wird gut, versicherte sie ihm. Ein paar Tage später brach sie bei der Arbeit zusammen. Ihre Angestellten brachten sie ins Krankenhaus, aber es war zu spät. Sie war gestorben. Andrew und Margaret weinten die ganze Nacht, als sie von ihrem Tod erfuhren. Einige Wochen später kam ein Mann auf Andrew zu, während er im Garten saß. Er sagte, Mein Name ist Liam. Ich weiß nicht, wie du das aufnimmst, aber ich bin dein Vater. Andrew erstarrte. Er konnte nicht glauben, dass der Mann, der vor ihm stand, die gleiche Person war, vor der ihm seine Mutter einige Wochen zuvor erzählt hatte. Ich weiß nicht, was deine Mutter dir erzählt hat oder was du über mich gehört hast, aber ich bin kein schlechter Mensch, fuhr Liam fort. Inzwischen hatte Margaret die beiden von ihrem Fenster ausgesehen und rannte die Treppe hinunter, um Andrew so weit wie möglich von Liam wegzubringen. Sie beschimpfte ihn mit schlimmen Worten und versprach, die Polizei zu rufen, wenn sie ihn noch einmal auf dem Grundstück sieht. Bevor er ging, drohte Liam, dass er zurückkommen würde und dass ihn niemand von seinem Sohn fernhalten kann. Liam tauchte bis zu Emmas Beerdigung nicht mehr auf. Er betrat die Kirche mit der Polizei und einem Gerichtsbeschluss, der besagte, dass er ungehindert mit seinem Sohn sprechen kann. Margaret konnte da hilflos zusehen. Es tut mir leid, wie ich mich dir vorhin vorgestellt habe und dass ich die ganze Zeit nicht in deinem Leben war. Deine Mutter hat mir nicht erlaubt, dich zu sehen oder in deine Nähe zu kommen. Sie hat dich von mir versteckt und ich musste auf eine Gelegenheit wie diese warten, um dich sehen zu können, sagte Liam. Aber der Junge saß verwirrt neben ihm. Magerin fand, dass sie genug Zeit miteinander verbracht hatten und verlangte, dass Liam sich auf den Weg macht. Er weigerte sich und es kam zu einem Streit. Die Polizei schritt ein, um den Streit zu beenden. Aber Liam war noch nicht fertig. Er erwirkte sofort einen Gerichtsbeschluss, der ihn zum neuen Eigentümer von Emmas Geschäft machte. Liam bestand darauf, dass Emma auch einen Teil seiner Ersparnisse verwendet hatte, um das Unternehmen zu finanzieren. Und er brachte auch die Bankunterlagen mit ihren Namen und Daten mit. Das war ein schwerer Schlag für Margarete. Sie wusste nicht, wie sie darauf reagieren sollte und stotterte nur, als sie Liams Behauptungen hörte. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Anwesenden der Beerdigung bereits draußen und beobachteten das ganze Szenario. Als der Streit weiterging, lief Andrew zum Sarg und umarmte den Körper seiner Mutter, um Kraft aus ihr zu schöpfen. Doch als er das tat, bemerkte er etwas Seltsames und machte Margarete darauf aufmerksam. Die Beerdigung wurde unterbrochen. Andrew bestand darauf, dass er einige Papiere sah, die in der Innenausstattung des Sarges steckten. Darauf stand sein Name. Es stellte sich heraus, dass es Emmas Testament und ihre Bankunterlagen waren. Als Emma ihr Geschäft eröffnen wollte, hob sie ihre Ersparnisse ab, genau wie Liam behauptet hatte. Sie gab das Geld jedoch zurück und machte so Liam zum einzigen Unterzeichner des Bankkontos. Deshalb konnte er nicht behaupten, Miteigentümer zu sein. Liam hatte also die Bankunterlagen gefälscht und dafür gesorgt, dass sie nicht die Details der Transaktion enthielten, dass Emma das Geld zurückgegeben hatte. Das Testament enthüllte jedoch die Wahrheit und legte fest, dass Andrew der Alleinerbe des Unternehmens war. Er würde es übernehmen, wenn er 21 Jahre alt wird. Und in der Zwischenzeit sollte Margaret die Leitung übernehmen. Als die Polizei Liams falsches Spiel erkannte, verhaftete sie ihn sofort. Liam fahle an diesem Tag zwei Dinge. Das Geld, auf das er gehofft hatte, und die Möglichkeit, dass ihm sein Sohn sein schreckliches Verhalten jemals verzeiht. Wie vor all den Jahren versprochen, kümmerte sich Margaret weiter um das Kind ihrer Schwester und gemeinsam hielten sie ihr Andenken für den Rest ihres Lebens in Ehren. Also, was denkst du über diese Geschichte? Wurdest du schon einmal von einer Person betrogen oder belogen, von der du dachtest, dass sie dich liebt? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank!